Der Urlaub steht vor der Tür und ihr habt keinen Bock, schon wieder mit Mama und Papa nach Dänemark zu fahren? Oh nein, bitte nicht! Zu uncool, zu peinlich, zu kuschelig. Macht doch mal Urlaub im islamischen Staat. Wow, cool! Ab zum BS! Geile Action an traumhaften Stränden mit einer richtig coolen Crowd. Fette Waffen, heiße Flirts, geile Autos, Sonnenschein, lern eine Fremdsprache, besichtige jahrtausendalte Kulturschätze, vielleicht zum allerletzten Mal. Coole Bungalows, Vollpension, leider gibt es keinen Alkohol, dafür aber ein Knaller-Buffet. Urlaub im islamischen Staat. Spaß bis zum Anschlag. Echt cool! Ab zum IS!